Hallo zusammen, ich bin Adrian. Hallo zusammen, ich bin Kevin. Wir sind beide in der Lehre als Elektroinstallateur in der SWL Energie AG in Lenzburg. Und wir nehmen euch heute mit, um unseren Berufshalltag zu zeigen. Als Elektroinstallateur ist man von Anfang an dabei. Vom Fundament bis zur Endmontage. Zu unseren Tätigkeiten gehören Kabellizien, Störungen suchen, Neubauten, Sanierungen, Neuinstallationen, aber auch Beleuchtungen und Provisorien für Veranstaltungen. Bei Fragen oder Problemen wird man in der SWL vom Team immer unterstützt. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu und sieht an verschiedenen Orten auch hinter die Kulissen. Was mir am Beruf gefällt ist, dass er sehr vielfältig und anwechslungsreich ist. Die Tätigkeiten sind von Tag zu Tag unterschiedlich. Als Lehrling bei der SWL bekommst du die Chance, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig eigene Aufträge zu erledigen. Ich hoffe, dir hat unser Einblick gefallen. Und wenn ja, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bis bald! Auf Wiedersehen! 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 Vielen Dank.